Musik Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich Frau Kiep bin? Ja, ein Augenblick. Jetzt sind wir 252 im zweiten Stock. Dankeschön. Bitte. Hallo. Hallo. Kann ich weiterhelfen? Ja, wo finde ich denn Zimmer 2 mit 52? Da müssen Sie einfach den Gang entlang und dann die zweite Tür rechts. Vielen Dank. Gerne. Ja. Hallo. 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 Sie sind die Frau Meier? Genau. Ich bin da wegen der Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement. Wegen dem Info-Gespräch? Genau. Sie können sich setzen. Ich erzähle Ihnen jetzt einfach ein paar Infos und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne fragen. Also zur Schule erstmal. Sie haben Blockunterricht am Kreis-Berufsschulzentrum in Ellbangen und Sie arbeiten in Vollzeit 39 Stunden pro Woche. Es wäre aber auch eine Teilzeitausbildung möglich. Das wäre dann ab 25 Stunden pro Woche. Meine Kollegin macht das zum Beispiel. Apropos Teilzeit. Ich gehe dann jetzt. Tschüss. Schönen Feierabend. Danke dir auch. Ah, hallo Frau Müller. Hallo. Die Mappe sollte bitte die Frau Herrmann bekommen um die Sitzungszelle vorzubereiten. Alles klar. Frau Herrmann weiß Bescheid, oder? Okay, alles klar. Tschüss. Ah ja, perfekt. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin dann im großen Sitzungssaal. Alles klar. Tschüss. Tschüss. nun kriegst du einen kleinen Tempo. יי Knie Als Englisch für Büromanagement im Landratsamt extrem erwirbt, dann überwögt dich bis spätestens 15. September über das Onlineportal beim Landratsamt. Hast du noch Fragen? Dann melde dich doch einfach bei unserer Ausbildungsleiterin Frau Winkler.